Nanu, noch irgendjemand hier? Hallo? Ich glaube, ich bin in Sicherheit. Oh, warte mal. Ja, wir sind endlich draußen und den Rainbow Friends entkommen. Warte mal, was ist das für ein Kreis? Rainbow Friends Kapitel 2? Oh nein. Wo sind wir hier? In einem Wald? Okay. Oh nein. Nicht da hinten hin. Wo ging ich denn da hin? Was macht er da? Versucht er da einzubrechen? Hey, Sir, was machen Sie da hinten? Lass mich in Ruhe, Mädchen. Ich versuche hier nur einzusteigen. Was machst du eigentlich hier draußen? Ähm, ich will nur ein bisschen Spaß haben und im Wald rumlaufen. Ah, okay. Und du meinst, es gibt hier draußen Monster? Ich bin mir sicher, das stellst du dir nur vor. Warum versuchst du nicht, mir zu helfen, das SOS-Licht zu finden? Jeder Themenpark hat eins. Das ist rot. Rot ist hier. Was macht der? Ich glaube, der lässt die Regenbogenfreunde frei. Blau und grün. Das wird lustig. Ich hole jetzt die anderen. Das heißt, wir sind hier eingesperrt. Der Typ hat uns hier einfach eingesperrt. Rainbow Friends begins. Mein Name ist Easy Cheesy und damit willkommen zu Rainbow Friends Kapitel 2. Okay, wir sind alle schon unterwegs und suchen natürlich die Glühbirnen, die hier überall verstreut liegen. Da lag gerade eine. Komm schon. Ich will auch eine kriegen. Da vorne auf der Brücke. Die schnappe ich mir. Ich will hier auch meinen Beitrag leisten. Darin diese Rainbow Friends. Oh mein Gott, da ist Blau. Oh mein Gott, da ist Blau. Da ist Blau. Da ist Blau. Leute, schnell weg hier. Blau ist hinter mir her. Wir müssen schnell weg hier allesamt. Warte, ich kann mich hier, glaube ich, verstecken. Oh mein Gott, Blau. Oh nein, jemand wurde gefunden. Blau hat jemanden gefunden, aber ich bin, glaube ich, hier drin sicher. Ich weiß nicht. Ist es sicher, wenn wir jetzt hier rausgehen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich glaube, wir können weitergehen. Blau scheint auf jeden Fall weg zu sein. Wir haben zwei Glühbirnen schon mal. Und hier vorne ist die dritte, aber... Oh mein Gott, ich höre grün. Da vorne ist grün, Leute. Wir müssen die Glühbirnen zurückbringen und zwar zum Lasertag Plaza. Hier, Lasertag. Hier geht es lang. Hier sind wir auf dem richtigen Weg. Da ist Blau. Nein, Blau hat mich gesehen. Blau hat mich gesehen. Ich muss zum Lasertag. Hier ist das Lasertag. Hier müssen wir schnell rein. Komm schon, wo muss ich die hinbringen? Ich muss die Glühbirnen irgendwo in der Nähe hinbringen, aber ich weiß nicht genau, wohin. Hier hin. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, 16 von 25 Glühbirnen haben wir mittlerweile schon gefunden. Es fehlen aber nur noch vier Glühbirnen. Der Typ läuft einfach an Grün vorbei. Was zum? Wie hat der das denn gerade geschafft? Ist das ein Geheimnis oder so? Vielleicht hört Grün gerade nicht so gut. Da oben ist Blau. Okay, Blau ist aber wirklich deadly. Wir müssen gucken, wo die letzten Glühbirnen sind. Vielleicht im Schloss von Blau? Ist hier... Ja, hier ist eine. Okay, perfekt. Wir haben eine gefunden. Lass uns mal in den anderen Räumen noch gucken. Hier hat scheinbar jemand nicht alles eingesammelt. Das muss Blaus Thron sein. Mein Gott. Schnell auf zum Lasertag Plaza. Und eine Glühbirne eingesetzt. Die Glühbirnen haben angefangen zu leuchten und sie sind natürlich genau da hinten, wo Grün und Blau zuletzt waren. Oh no. Nicht hier runter, oder? Das ist nämlich das Versteck. Hier ist es super gefährlich. Hier ist das Versteck von Lila. Da seht ihr das? Nein, da drin ist Lila. Leute, seid vorsichtig. Ihr könnt da nicht einfach reinrennen. Das ist euer Todesurteil. Schnell verstecken. Da vorne läuft Blau nämlich lang. Nein, kommt Blau hier runter. Blau kommt hier runter. Nein, er hat sie gefunden. Und ich habe mich gerade noch rechtzeitig versteckt, Leute. Es fehlt nur noch die eine Glühbirne, aber Lila macht es einem unmöglich, sie zu kriegen. Da ist Blau. Oh mein Gott. Wie kommt Blau denn jetzt auf einmal dahin? Nein, ich habe nur eine Sekunde abgelenkt. Nein, Blau. Blau, bitte nicht. Bitte nicht. Das darf nicht wahr sein. Blau ist hinter mir und Blau ist super schnell. Die Zipline. Weg hier. Oh mein Gott. Schnell rüber. Oh Gott. Hier sind wir, glaube ich, wieder in Sicherheit. Jetzt müssen wir nur die Glühbirne kriegen. Hier sind zwei Leute. Einer von uns muss sich opfern. Wir müssen zusammen reingehen, weil einer von uns kann es dann schaffen. Und der andere wird halt sterben. Okay, sie geht rein. Okay, ich kann sie nehmen. Ich habe die Glühbirne. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Glühbirne, Freunde. Ey, das war ja mal so ultra krass hier. Wir müssen jetzt nur noch zurück zum Plaza. Und es leben nur noch drei Leute. Der Plaza. Let's go. Die erste Runde ist geschafft. Das ist der Typ von vorhin. Was ist hier passiert? Warte, da war wirklich ein SOS-Licht? Ich meinte, naja. Ihr müsst gut darin sein, Dinge zu finden. Äh, ja schon. Hast du da gerade blau gesehen? Oh, war das blau? Oh nein. Hier ist sie herzukommen. War ein Fehler. Wir müssen schnell einen Weg hier rausfinden. Okay, dann müssen wir jetzt versuchen, hier auszubrechen. Gaskanister müssen wir als nächstes finden. Hier ist einer. Das sind hier schnelle Runden. Sie geht hier lang? Dann gehe ich andersrum. Ich glaube, in die Richtung war blau zuletzt. Oh nein, blau. Das darf doch nicht wahr sein. Achtung, da ist blau. Geh da nicht hin. Wer sind die letzten zwei Überlebenden? Oh nein. Er ist hinter mir her. Aber ihr kennt den Fluchtweg. Let's go. Blau ist viel zu schwer für diese Ziplein. Ich sehe eine Gasflasche. Okay, die können wir uns schnell schnappen. Let's go. Hier ist noch eine. Da ist gelb wieder. Nein, nicht gelb, nicht gelb, nicht gelb. Wir müssen irgendwo rein, weil ich glaube, gelb kann nicht in ein Gebäude kommen. Schnell hier reingehen. Gelb kann nämlich nur fliegen. Ah, da ist gelb. Gelb kann doch in ein Gebäude kommen, Leute. Da habe ich mich ja mal komplett geirrt. Der ist einfach an uns vorbeigekommen. Aber was sind die Fähigkeiten von gelb? Der ist neu. Den habe ich noch nie gesehen vorher. Ich habe keine Ahnung. Blau. Nein, geh einfach von mir vorbei. Blau. Okay, dann geh einfach weg von mir. Das ist auch gut. Oh Gott. Hast du mich gerade erschreckt, Junge? Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich habe mich voll erschrocken. Du arme, schreibt sie. Leute, wir müssen hier mal ein bisschen schneller vorankommen. Eigentlich müssen die Gaskalister langsam mal aufleuchten. Okay, da sind sie schon. Aber aufleuchten. Hier geht es lang. Apfel. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deswegen werden wir uns am besten unter der Box hier verstecken. Da kommt Grün, Leute. Da kommt Grün. Schnell weg hier. Warte mal, Grün kann mich doch hören, oder? Nein! Grün hat mich schleichen gehört. Du bist gestorben. Aber das macht nichts, weil ich kann mich nämlich respawnen. Wir sind zurück. Und jetzt müssen wir nur den letzten Kanister holen. Nur noch ein Kanister. Der allerletzte Kanister. Okay. Yolo. Let's go. Geschafft. Oh mein Gott. Okay, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Mal schauen. Komm schon. Und. Oh nein. Nein, 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 nein. Das ging schief. Das ging schief. Was auch immer das gerade war. Ich glaube, wir haben noch mehr Rainbow Friends befreit. Was? Wie kommt der denn da oben hin? Und wo sind wir? Alles klar, Leute. Versuchen wir es noch einmal. Ihr müsst all diese kleinen Köpfchen einsammeln. Und dann lasse ich den alten Mann vielleicht leben. Oh, und dieses Mal gibt es einen Timer. Nein. Wir sind doch nur zu zweit. Wie sollen wir das schaffen? Nur Apfel und ich. Und wir haben auch noch richtig wenig Zeit. Oh mein Gott. Es gibt einen Timer, Freunde. Das ist richtig schlimm. Da vorne sehe ich grün. Nein, 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 nein. Grün, lass mich in Ruhe. Wie hat der mich denn gesehen? Nein, der kann doch gar nicht sehen. Okay, ich muss andersrum gehen auf jeden Fall. Da ist blau. Am besten hier runter. No way, no way, no way, no way. Ich muss ins Kabinett hier. Apfel hat einen eingesammelt. Aber geht er jetzt bloß nicht hoch? Da sind grün und blau. Bitte lass ihn nicht sterben. Blau. Nein. Sie wurde gefunden. Ich bin die letzte Überlebende in Rainbow Friends. Was machen wir jetzt? Da oben ist grün. Grün hört uns. Und blau sieht uns. Und der Timer läuft, Freunde. Hier ist ein Kopf. Jetzt können wir hier hoch. Ich hoffe, die finden uns nicht. Nein, blau. Wieso denn? Hier ist blau hinter mir her. Wie soll ich das schaffen? Hier komme ich rein? Was ist blaues Schloss? Ich könnte ihn abhängen. Mit sehr viel Glück können wir jetzt blau abhängen, Leute. Da ist grün. Hier war die Brücke. Da hinten ist gelb. Wir haben den nächsten Kopf gesichert. Den haben wir auch in Sicherheit gebracht. Jetzt fehlen nur noch zwei. Da kommt grün von der Seite. Hier ist ein Ball. Hier ist ein Ball. Ich habe einen. Ich habe einen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Hier raus dürfen wir nur gelb nicht treffen. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wenn wir den abgegeben haben, ist es nur noch ein Ball, der fehlt. Das schaffen wir. Wir gehen mal zu Rainbow Racers rein. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn einfach. Schnell, Freunde. Einfach dieses eine kleine Luki. Und wir haben es geschafft. Okay. Gut gemacht, Leute. Er hat überlebt. Wir haben ihn gerettet. Wir haben es einfach geschafft. Zu zweit, Freunde. Er ist wieder unten. Hallo, Sir. Keine Sorge. Mir geht es gut. Wir sollten keine Zeit verlieren. Mein erster Fluchtplan ist leider gescheitert. Aber es gibt noch einen weiteren Weg, wie wir hier rauskommen können. Und zwar hinten durch die orange Achterbahn. Bei dem großen Ball? Oh nein. Wir müssen irgendwie den Luki in Bewegung setzen. Wenn wir hier nur einen Kuchen finden könnten. Ich würde alles für ein Stück Kuchen tun. Wie kann der jetzt an Kuchen denken? Hallo? Wir sind hier bei den Rainbow Friends. Und er deckt an Kuchen. Nein, wer ist das? Wer ist das, Freunde? Wir sind Zyran. Türkis. Das ist Türkis. Ich frage mich, warum sie sich für diesen Käfer interessiert. Apfel ist auch draußen. Ich bin ganz allein gegen alle Rainbow Friends. Auf einmal. Gute Nacht. Warte mal. Wir sollen Zucker... Wir sollen Zucker für den Kuchen finden. Das kriegen wir doch hin. Ein Päckchen Zucker. Bitte die nicht. Nein, da ist Zyran. Türkis? Was kann Türkis? Grün und Blau und Türkis? Alle auf einmal? Macht das hier wegkommt, Kollegen? Nein, Grün bleibt da stehen. Das ist kein gutes Zeichen. Einfach weitergehen, Grün. Ich bin nicht hier. Du kannst mich gar nicht sehen. Grün hat so gruselige Augen. Da kommt Blau. Grün geht! Endlich! Jetzt, wo Grün geht, können wir den Zucker nämlich abgeben und die anderen Zuckerpakete einsammeln. Hier ist das zweite. Das zweite Stück Zucker. Und da hinten sehe ich das dritte Stück. Da geht gerade Blau lang. Blau kommt an mir vorbei. Dürfte mich aber nicht sehen. Ich bin unter der Box. Und da ist noch Türkis hinten. Blau geht aber weg gerade. Und Türkis kommt auf mich zu. Ich hoffe, der kann nicht in die Box gucken. Okay, er geht an mir vorbei. Aber jetzt kommt Blau schon wieder zurück. Freunde, wir müssen wirklich vorsichtig sein jetzt. Da hinten sehe ich Grün. Grün kann mich aber theoretisch, glaube ich, atmen hören. Es könnte sein, dass Grün mich jetzt gehört hat, weil ich geatmet habe oder so. War es Blau? Bitte Grün. Grün macht mir am meisten Angst, Freunde. Grün ist am gruseligsten, weil bei Grün kann man nie prädikten, was er jetzt als nächstes macht. Grün geht weiter. Direkt an mir vorbei. Und da kommt Blau. Bronze ist Gelb. Ich darf mich nicht bewegen. Ich muss warten, bis Gelb auch noch weg ist. Wenn alle weg sind, Freunde, da sind alle Monster gerade auf einer Seite. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt wissen wir nicht, wo alle Rainbow Friends gerade sind. Und jetzt können wir ein bisschen was vom Zucker wegschaffen. Wir sind fast am Plaza, aber da kommt leider gerade Türkis. Wir können nur hoffen, dass er einfach an uns vorbeigeht. Und das tut er auch. Er ist einfach vorbeigegangen. Zwei Zuckerpakete? Abgegeben. Jetzt fehlen uns nur noch fünf. Ich mache jetzt diese Kiste mal ab, weil dann sind wir tausendmal schneller. Ist hier irgendwo ein Zucker drin? Nee, oder? Dann haben wir vielleicht hier Glück. Vielleicht ist hier irgendwo ein Zucker. Meine größte Angst ist, hier Grün zu begegnen. Hier ist ein Zuckerpaket. Nice. Da vorne sehe ich den nächsten Zucker. Komm, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir haben nicht ewig Zeit. Nein, da ist gelb hinter uns. Da ist gelb hinter uns. Aber wir schaffen das. Das abzugeben. Und jetzt müssen wir nur irgendwie wegkommen hier. Nein, 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 nein. Warte, sieht er mich noch? Ich glaube, er hat mich verloren. Oh mein Gott, er hat mich echt verloren. Die Luft ist rein, Freunde. Und uns fehlen nur noch zwei Päckchen Zucker. Keine Rainbow Friends in Sicht. Gute Voraussetzung, die letzten beiden Päckchen zu finden. Oh Mann. Türkis. Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Wir haben das Päckchen. Jetzt fehlt nur noch eins. No way. No way. No way. Lila und Türkis. Lila und Türkis. Leute, Leute, Leute. Das ist so knapp. So knapp. Oh mein Gott. Wir haben es bisher überlebt. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir müssen jetzt laufen. Okay, wenn wir jetzt gelb oder blau treffen, sind wir rip. Sind wir komplett rip. Uns darf keiner entgegenkommen. Wir haben es einfach geschafft. Das Unmögliche. No way. Die Kugel rollt. Ich glaube, wir kommen raus. Die frisst erst mal was. Wie süß ist das denn bitte? Okay, da sind wir. Es hat funktioniert. Los geht's. Wir sind die letzten Überlebenden. Schnell, Beeilung. Hier müssen wir vorbei. Wer kommt mit? Die Rainbow Friends liegen hinter uns. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Jetzt nur noch das kleine Stück hier. Oh nein. Orange. Warte mal. Orange haben wir noch gar nicht getroffen, oder? Kristallhöhlen. Nicht, dass Orangens jetzt hinterherläuft oder so. Das wäre... Da müssten wir ganz schön schnell sein. Wagen auswählen. Den hier einfach. Kommen Sie rein, Sir. Alles klar, Leute. Nimmt einen Wagen und steigt ein. Ich bin schon drin. Ich sitze schon. Kommen Sie, Sir. Sie sollten sich mit reinsetzen. Ich habe einen Wagen programmiert, der dich zum Wartungsausgang führt. Äh, okay. Ja, du musst darauf achten, dass du dich mit dem Beinkarten mitbewegst. Okay, mache ich. Und wo bleiben Sie, Sir? Lehne dich um, dich für den Weg zu entscheiden. Versuche jetzt, dich zu lehnen, um trocken zu bleiben. Okay. Äh, wir wollen zum rechten Weg. Wir wollen doch nicht da links lang, oder? Das sah... Oh mein Gott, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier... Ob wir den richtigen Weg wählen. Das könnte sein. Lehne dich frühzeitig und halte es gedrückt, um deinen Weg zu wählen. Keine Sorge, du kannst nicht runterfallen. Okay. Dann werden wir jetzt hier wohl durch diese Kristallhöhle fahren. Und versuchen, den richtigen Ausgang zu wählen. Aber ich habe keine Ahnung. Das sind solche kleinen Köpfchen. Da steht Exit. Rechts steht Exit. Okay, lehnen wir uns einfach mal nach rechts. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Okay, wir sind irgendwo rausgekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Es könnte sein, dass wir jetzt in Freiheit kommen. Da ist ein Kuchen. Und Orange versucht, diesen Kuchen zu kriegen. Ich lehne mich mal beiseite, damit der Kuchen mich nicht erwischt. Aber da geht es, glaube ich, irgendwo runter. Oh no. Okay. Woher kommt der Kies? Da wird der Kies. Follow, follow, follow. Okay, nach rechts. Da ist Orange, Leute. Wie soll ich denn so schnell sein? Komm schon. Beeilung, beeil dich, Wagen. Nein, ich muss dem Wagen da hinterher. Ah, Looping. Oh mein Gott. Okay, komm, 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 komm. Irgendwo muss der Ausgang sein. Wo lang? Lava? Oh mein Gott. Lava, Lava, Lava. Kein Problem. Wir müssen es irgendwie schaffen, durch die Lava durchzukommen. Gefahr voraus. Kehr zurück. Was soll ich denn machen? Nicht zu den Rainbow Friends. Ich bin, glaube ich, überall sicherer. Oh mein Gott. Der ganze Park. Da ist der Wagen. Wir müssen nur dem Wagen hinterher. Dann kommen wir, glaube ich, in Freiheit. Ich glaube nach rechts. Definitiv nach rechts. Links ist blau. Oh, okay. Das haben wir auch geschafft. Wir sind fast draußen, Leute. Ich spüre es. Ich spüre schon die Luft. Okay, okay, okay. Müll. Auf in den Müll. Okay, komm schon. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sind wir richtig? Exit? Im Müllschacht sind wir gelandet. Nein, hier geht es nicht raus. Tückis. Tückis. Die Tür geht auf. Jetzt aber schnell. No way. Tückis ist hinter mir, oder? Tückis, du folgst mich. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Okay. Hier schnell zur Seite. Ich glaube nach links. Diese Bretter hoch. Tückis ist genau hinter mir. Oh mein Gott. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Wo müssen wir lang? Hier einfach so ein kleines Labyrinth. Let's go. Da noch raus. Noch das Stückchen. Ja. Komm schon. Ich glaube, Tückis. Der passt da nicht durch, oder? Der passt da nicht durch. Oh mein Gott. Er passt da nicht durch. Das war zu eng. Zur Oberfläche. Ich will hier nur noch raus. Wir haben überlebt. Wir haben Rainbow Friends. Fast ganz allein. Überlebt. Oh mein Gott. Alleine gegen die Rainbow Friends. Und wir haben es geschafft. Dicken Daumen nach oben auf dem Video da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten. Abonnieren nicht vergessen. Oh, da ist da. La Pasta. Warte mal. Da ist noch blau. Da ist blau. Was macht er? Wo ist blau? Das ist sein Thron. Wir kommen zu spät. Zu spät zu was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.